mal hallo wikinger freunde da ich gerade hier in der nähe bin geht es hier los und dann geht es richtung räuberlager mal schauen ob ich den dann hier oder sie besser gesagt die liebe heike dann unterwegs noch treffen erstmal schauen was hier ist aber nicht derselbe den ich jetzt eben verpügelt haben wir ihn gesehen wie ihr wilde tiere füttert und mit ihnen spricht nicht einmal die wölfe seid ihr sicher ihr kristen erkennt schnell den teufel in dingen die ihr nicht versteht die vögel in diesem wald sind rastlos und greifen schnell an erst gestern stahl ein fuchs ein kind aus einer krippe ohne zweifel er der rückwärts läuft ist unter uns entweder wird er dort herauskommen oder vier werden hineingehen ich glaube ich gehe dann eher mal rein ich würde sagen beides freund eines bären lebst mit einem bären zusammen steht das was der mönch sagt tiere sind meine freunde ich höre sie und sie hören mich denn hier haben sie verletzt und nun wollen sie mir auch etwas antun aber hättest du deine tiere auch auf menschen wer meinen freunden wehtut dem tue ich weh aber niemals einem kind bestimmt ein geiler kampf aber bleib hier und sorge für deinen freund ich kümmere mich um die menschen da draußen wir haben nur angst vor tieren weißt du ja doch der hat das herz am rechtem fleck und ist ein tierfreund hast du ihn erlegt oder hat dich seine teufelszunge übermannt einen schwedigen einen töten oh scheiße kann ja dass ich nicht so gewollt jetzt sind sie zumindest mal weg ich bin schon wieder rein laufen oder ich habe es versaut das kann natürlich auch sein ich weiß nicht ob du bist was sie glauben aber ich habe mich um deine peiniger gekümmert sie haben meine klinge gespürt blut bringt blut mehr werden alles wird schlimmer wenn und ich gehen besser fort ich tat was ich konnte so lebe wohl und viel glück aber ich habe mich um die klinge gespürt 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 dann schauen wir mal wir haben die klinge gespürt Was ist das? Ja, da will ich eigentlich hin, oder? Bin mir nicht so sicher. Ja, das war eigentlich mein Ziel. Ja, da ist nix. Och man. Was war das denn jetzt? Jetzt aber schön treten hier. So, geht doch. Okay, dann kann ich mich jetzt, okay, aus dem, wegen der Markierung, dann kommen wir uns mal um das Räuberlager. Und suchen mal den Räuber-Hotzenblotz. Fangen wir mal wieder dran. Erstmal habe ich da Schlüssel. Oder auch nicht. Fangen wir mal rum. Viele Wege rein, aber über diese... Was bist du für einer? Ein Fuchtler? Und das ist ne Wildsau? Naja. Jetzt kommt ja hier zu mir, naja, umso besser. Okay. 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 Da rum. Ja genau. Äh, ich wollte eigentlich die andere. Aber so geht's natürlich auch. Buch des Wissens. Rabenablenkung. Hab ich noch nie benutzt, glaube ich. Zynien greift das Ziel zu wegen der Ablenkung an. Im Kampf macht Zynien das Ziel benommen. Auch interessant. Was haben wir hier? Träume eines Räuberaufmanns. Na, trau dich. Also echt ein ziemlich großes Lager. Wo fang ich denn an? Doch mal hier beim Schlüsselträger. Das ging ja fix. Können wir da rum. Oh, Titan gab's auch. Rollstrah eggs. Oh crap. Guck. 寂 Bole, denn ist es vielleicht so gut an. Ja, da haben die Ratten ja unbedingt ein bisschen was gebracht. Du bist auch eine Schlafmutter, oder was? Okay. Gut, dass ich den Schlüssel schon geholt habe. Wie kommt denn da die Tür rein? Ja genau, mach mal die Tür zu. Damit uns auch keiner entdeckt. Ein Kupfer-Nickel-Wachen. Okay. Gut, dass die Waffe gerade da lag. Okay, da runter. Da liegen die Schütter. Na, die Ratten sind schon nicht schlecht. Oder auch hinter dir. Viel ist ja nicht mehr so übrig. Ja, auf jeden Fall. Das war ziemlich schmutzig. Ja, ist ja gut. Okay. Irgendwann, der jetzt auch explodiert ist, aber nein. Da drinnen soll er sein. Sag mal. Was ist das jetzt? Hm. Naja. Boah, hier ist schon wieder so verdammt, du, ey. Kacke. Nicht jetzt richtig. Nee, irgendwie habe ich gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Verzweifelter Fluch. Oh, Gottverdammt war jetzt der Schatz. Der da hin ist, klar. Da vorne. Oh. Okay. 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 Schieß die Ratte da runter! Nicht? Na dann komm, ja. Ich hefte hier ein bisschen mehr verwirken. Irgendwie... Die wurde wohl verriegelt. Genau. Ich halte es drauf. So wirst du gereinigt! Du bist auf jeden Fall ein bisschen irregekumpel. Kann der echt mal hell werden. Ich kann jetzt aber bestimmt nicht meditieren. Oder? Ne, war klar. Ja. Da pass ich aber auch nicht vorher rein. Das muss erstmal hell werden hier. Ich sehe echt nichts. Ja. Da auch nicht. So, mal kurz gucken. Ich nehme erstmal den da hinten jetzt und hoffe, dass es bis dahin heller ist. Damit ich hier mal was erkenne. Also nicht nur, dass es dunkel ist. Hier ist es auch neblig. Ja, so ein bisschen zumindest. Hier muss man auf der anderen Seite versperrt sein. Ach, warum? Ja. Sehr schön. Wie kommt der jetzt noch her? Die verbrügel sich gegenseitig. Warte, ich helfe euch. So, jetzt was sehen wäre auf jeden Fall echt klasse. Das ist die Tür, das ist klar. So, mal gucken. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Hm, beinahe. Und teuer. So. Und schon haben wir den Kuhani gewonnen. Okidoki. Oh, wieso denn Heike jetzt so weiter oben? Was soll denn das? Komm, Heike will ich noch. So, das hier unten zwei. Ja, das sieht so aus. Heike. Du liebe Heike. Du liebe Heike. Ich komme zu dir. Hier. Ich finde viele Wölfe und so hier. Das ist noch ein Wehr. Na ja, komm. Ah ne, das kennen wir ja. Das ist eine Wildsau. Was haben wir hier? Eine Luchs. Eine Luchspfote. Sehr schön. Ja. 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 Ich sollte mich vermummen. Ich hoffe du hast ein bisschen Spaß mit den Ratten. Das ist eigentlich eine coole Idee gewesen. Aua. Wie habt ihr mich vergiftet? Schöner Endmove und auf die Fresse Oh hier kommen wir sind gesetzhaft Die Sensor ich weg Wieso hauen die denn ab eigentlich Genau kommt so Papa ich will dir nicht die ganze Zeit nachlaufen Die Sensor Wir streben so wie ihr nach der Vollkommenheit der Alten Heidnisch zu sein ist etwas Gutes Der sah jetzt aber ziemlich Ziemlich männlich aus für eine Heike So sieht es aus Ein paar sind noch umgedeckt Sehr schön Dann sage ich mal wieder danke Das war es für die Runde Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal Bis dahin Bye Bye